Dynamo TV wird präsentiert von Verticales und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Nachholspiel gegen den SVW in Wiesbaden. Das ist eine Partie vom 19. Spieltag. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich Heinz Mürschel, unseren offensiven Mittelfeldspieler und wie immer unseren Cheftrainer Markus Kurczynski. Bevor wir zu euch beiden kommen, rund um die Fragen zum Spiel, würde ich gerne nochmal einen aktuellen Stand durchgeben, wie es aktuell im Rudolf-Habich-Stadion aussieht. Also es liegt eine Schneedecke auf der Rasenfläche. Die Rasenfläche läuft den gesamten Winter durch, das als allgemeine Erklärung, weil viele Leute denken, man schaltet dann vor dem Spiel die Rasenheizung ein und danach wieder ab, sondern die muss immer auf einer gewissen konstanten Temperatur laufen, dass die Leitungen nicht gefrieren, das ist, denke ich, nachvollziehbar. Seit zwei Tagen läuft die Rasenheizung auf Volllast. Gegenwärtig ist es so, dass am Nachmittag eine Platzkommission ins Stadion gehen wird, die sich nochmal einen Eindruck von den Bedingungen verschaffen wird. Die Expertengruppe besteht aus einem Vertreter vom Deutschen Fußballbund beziehungsweise vom Sächsischen Fußballverband. Außerdem gehören dazu Vertreter der Stadion Dresden Projektgesellschaft als Betreiber des Rudolf-Habich-Stadions und natürlich Vertreter von der SG Dynamo Dresden, wo unter anderem Ralf Becker, der Sportgeschäftsführer des Vereins, ein Teil bildet. Sobald uns ein Ergebnis der Platzbegehung mit Auswirkungen auf die mögliche Partie vorliegen wird, werden wir dies wie immer via Pressemitteilung und logischerweise wie gewohnt über alle vereinseigenen Medien schnellstmöglich kommunizieren. Ich hoffe, dass ich alle abgeholt habe zu den Wetterbedingungen, die Einfluss auf die Platzbedingungen haben. Jeder, der aus dem Fenster guckt, und das können wir hier in der AOK Plus Walter Fritsch Akademie, wunderbar, der sieht, dass eine Menge Schnee gefallen ist und wir haben Augen und Ohren offen, dass viele Spiele derzeit in der Dritten Liga abgesagt werden müssen. Ob uns das morgen betrifft, können wir gegenwärtig noch nicht seriös beantworten. Der Ausgang ist offen. Wir warten jetzt die Platzbegehung ab und starten jetzt in die Pressekonferenz. Markus, bist du so lieb und holst uns vorab wie immer ab und sagst uns, welche Spieler morgen gegen wen Wiesbaden aller Voraussicht nach ausfallen werden? Erstmal muss man zum jetzigen Stand sagen, dass wir davon ausgehen, dass gespielt wird. Genauso war unser Applaus und wird er sein. Wir haben heute Morgen noch mal trainiert. Wir sind in der glücklichen Lage, mit dem Kunstrasen vernünftig trainieren zu können. Auf der Rasenfläche hier ist es im Moment nicht möglich. Aber auch ein Dank nochmal an die ganzen Platzwart-Team, die hier rund um die Uhr arbeiten und auch dafür gesorgt haben, dass wir heute zumindest auf dem Kunstrasen unter guten Bedingungen trainieren können. Es fallen aus, neben den Langzeitverletzten, die ich jetzt auch nicht wiederholen brauche, Kevin Ehlers hat seine Sperre abgesessen, laboriert aber an Rückenproblemen. Da werden wir abwarten müssen. Er hat heute nicht trainiert wegen Rückenproblemen. Das haben wir behandeln lassen. Morgen früh haben wir ja nochmal eine Trainingseinheit. Dann werden wir Bescheid wissen, ob er zur Verfügung steht. Rensford-Königsdörfer hat die fünfte Gelbe und muss in diesem Spiel pausieren. Ansonsten sind alle Jungs einsatzbereit und fit. Markus, es kommt am 19. Spieltag, dem letzten Vorrundenspiel der Saison, zum Duell der beiden Zweitliga-Absteiger. Was erwartet dich und deine Mannschaft mit Wien Wiesbaden für den Gegner? Wien Wiesbaden ist ein Top-Team der Liga. Er ist gerade in den letzten Wochen unheimlich stabil aufgetreten, hat konstant gepunktet. Wir konnten uns ja auch nochmal überzeugen im Spiel gegen Türkei und München, dass sie eine ganz schöne Offensivpower haben, eine körperlich robuste Mannschaft mit viel Tempo, eine sehr geschlossene Mannschaft, die gute Ergebnisse erzielt hat und auch mit dem letzten Spiel gegen München, glaube ich, mit Selbstbewusstsein hierher kommt. Also ein echtes Top-Team, was uns hier erwartet. Von daher wissen wir, dass wir uns steigern müssen. Wir haben, glaube ich, einen guten Kampf hingelegt im Spiel gegen Magdeburg, haben uns reingekämpft, haben einige Widrigkeiten zu überstehen, was Verletzungen angegangen ist und immer wieder Umstellungen vornehmen müssen. Und dafür war ich zufrieden. Und trotzdem wissen wir, dass gerade im Spiel nach vorne wir uns steigern müssen. In der Präzision, in manchen Abläufen war das nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn wir gegen Wien Wiesbaden bestehen wollen, werden wir uns steigern müssen. In der Kompaktheit, in der Aggressivität und vor allen Dingen im Spiel nach vorne, in der Präzision, aber auch in der Durchschlagskraft, dass wir aus unserem Spiel, was wir prinzipiell haben, einfach mehr Chancen haben und mehr Chancen bedeuten am Ende auch eine Wahrscheinlichkeit auf mehr Tore. Und da haben wir den Hebel angesetzt, auch in der Analyse, konnten jetzt nicht viel trainieren, klar ist wenig Zeit, aber letzten Endes ist das unser Thema gerade, dass wir zur alten Stärke zurückfinden wollen. Markus, danke dir für den Einstieg in die PK. Heinz, kommen wir zu dir. Du bist einer unserer drei Winterneuzugänge, bist schon mit einer Menge Selbstvertrauen aus Uerdingen nach Dresden gewechselt. Jetzt in Magdeburg ist dir der Siegtreffer in einem Ostderby gelungen. Wie emotional das für den Verein, die Stadt und die Fanszene ist, hast du nach dem Spiel erleben können. Ist die Brust nochmal breiter geworden jetzt im Hinblick auf die englische Woche? Für mich persönlich? Für dich persönlich? Ja, ich glaube, als Offensivspieler tut es immer gut, ein Tor zu schießen. Und ich glaube, dass das dann natürlich ein bisschen breiter die Brust geworden ist. Ich bin mega happy gewesen, dass ich so einen positiven Einstand hier hatte bei meinem Startelfdebüt. Und ja, bin heiß drauf auf mehr. Es gibt Schüler, die in der Schule den Druck brauchen, um für eine Klassenarbeit zu lernen. Was bist du für ein Typ in der Tabelle? Geht es eng zu in der Spitze der dritten Liga? Bist du jemand, der sagt, das pusht mich eher, wenn ich das Gefühl habe, die Konkurrenz ist in Schlagdistanz? Ja, ich glaube schon, dass es jemand nochmal oder mich persönlich jetzt nochmal ein bisschen mehr pusht. Ich glaube, wenn du weißt, dass du Druck von unten hast, weißt du, dass du immer deine beste Leistung geben musst. Und ich glaube, mir persönlich tut es gut. Natürlich, ich bräuchte ihn nicht unbedingt. Wäre mir auch lieb, wenn wir ein bisschen Abstand hätten. Aber nee, ich glaube, das wirkt sich positiv auf mich aus. Um den Themenkomplex abzuschließen, hast du auch immer spät für eine Klassenarbeit gelernt früher? Ja, ich wollte es dann sagen. Ich wollte es dann sagen, wenn ich dann doch gelernt habe, dann wirklich kurz vor knapp. Und ich sage immer irgendwie über mich, dass ich nicht der komplett Schlauste bin jetzt hier auf dem Planet Erde, aber irgendwie clever. Also ich habe mich irgendwie immer durchgemogelt. Deswegen, das ging schon. Ein smarter Junge. Und dein Abitur hast du geschafft. Das wollen wir festhalten. Also nicht, dass hier ein falscher Eindruck erweckt, du hast es nicht im Lotto gewonnen, sondern tatsächlich die Prüfungen alle absolviert. Das stimmt. So, vielen Dank auch dir. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Kolleginnen und Kollegen. Die erste Frage geht an Markus und kommt von Thomas Narendorf, Dresdner Morgenpost. Das Spielmogen ist auch ein Duell zwischen Kevin Proll und Tim Boss. Beide gehören zu den besten Torhüdern der dritten Liga. Sie durften im Vorjahr beide trainieren. War es für Sie klar, dass Boss ein so guter Keeper ist? Und was hat ihm bei Dynamo gefehlt? Ja, natürlich waren das enge Entscheidungen. Und Patrick Wiegers sitzt mit in diesem Boot. Drei Torhüter, die eine richtig gute Qualität haben. Sind wahrscheinlich dann einer zu viel. Und das war ja dann auch, oder es ist natürlich immer mein Los, als Trainer sich entscheiden zu müssen. Und im Tor ist es noch besonders schlimm. Da kann nur einer stehen, der die Hand benutzen darf. Von daher ist es immer, und da wechselst du ja auch nicht einfach mal so, um zu zeigen, ich finde das gut, was du machst. Oder tolle Leistungen, da wechselt man nicht von Mal zu Mal oder wechselt mal in der 70. einfach so den Torwart aus. Das macht man nicht, sondern das sind dann schon mal Entscheidungen, die dann grundsätzlicher Art sind. Auch wenn wenig Unterschied zwischen den Torhütern war, hat Kevin, als ich gekommen bin, war er die Nummer eins, hat sich wenig zu Schulden kommen lassen. Jeder Torwart hat über die Spiele auch irgendwann mal einen Fehler drin. Das ist auch normal, dann wechselst du auch nicht ständig. Sondern man legt sich dann irgendwo fest. Und das ist dann, und das habe ich auch, da war ich sehr offen auch mit den Torhütern in den Gesprächen, auch mit dem Boss. Dass ich schon auch immer gewertschätzt habe, was die Jungs machen. Aber am Ende muss ich halt dann doch entscheiden. Und das ist dann, egal für wen und egal, wie Rumi es gedreht hätte, wäre es für jeden irgendwie scheiße gewesen. Also von daher, es ist mein Los. Ich freue mich, dass er sich so gut zurechtfindet, dass er seinen Platz da gefunden hat. Das freut mich sehr für ihn, weil er sich hier absolut gerecht verhandelt hat. An dieser Stelle gehen ganz, ganz liebe Grüße an Tim raus. Ein wirklich liebenswerter Mensch. So, nächste Frage. Thomas Nachendorf, Dresdner Morgenpost. Wieder an dich, Markus. Das Thermometer soll morgen Abend in den zweistelligen Minusbereich rutschen. Wie bereiten Sie Ihre Mannschaft darauf vor? Werden Sie für die Wechselspieler besondere Maßnahmen treffen? Ja, da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, was die Spieler draußen angeht. Die haben schon ihre Decken dabei, sind eingemummelt. Was vielleicht noch Gesichtsmasken angeht oder so, müssen wir mal drüber reden. Da habe ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Wir sind draußen jetzt gerade. Das ist auch nicht, sind jetzt auch schon sechs, sieben Grad. Ich glaube, das hält man aus für die gute Idee, muss ich mir Gedanken machen prinzipiell. Müssen die Jungs aber draußen sein, müssen das Spiel mitverfolgen, müssen ja auch bereit sein und wissen, worauf sich einlassen. Ist ja eh schon immer Thema, sich die Position anzugucken, wo ich vielleicht reinkomme, dass man weiß, was einer wartet. Wir werden aber bestimmt noch mal drüber sprechen. Heinz, willkommen zu dir. Bleiben bei Thomas Nachendorf und seinen Fragen. Der Kollege kommt von der Dresdner Morgenpost. Heinz, wenn man auf einer Karibikinsel geboren wurde, wie viel macht einen dann, solch ein Wetter zu schaffen? Ja, also ich bin ja eigentlich mein ganzes Leben lang schon in Deutschland. Also ich habe auch schon ein paar kalte Tage hinter mir. Klar, ich glaube, ich habe die Sonne lieber. Und ich glaube, jeder hat es, oder nicht so einfach gerade mit dem Wetter, aber es beeinträchtigt mich jetzt nicht anders wie bei den anderen, glaube ich. Wobei Frankfurt im Moment schneefrei ist, oder? Hat es geschneit inzwischen? Also ich glaube, so viel Schnee wie hier liegt da nicht. Ich habe mit meinen Eltern mal gesprochen, da ist es ein bisschen glatt, aber so wie hier sieht es da, glaube ich, nicht aus. Du hast am sechsten Spieltag mit Uerdingen daheim gegen Wiesbaden mit 0 zu 4 verloren. Was kommt morgen auf euch zu? Fragt Thomas Nachendorf von der Dresdner Morgenpost. Ja, das stimmt. An das Spiel kann ich mich noch gut erinnern. Ja, also ich glaube, wie der Coach schon gesagt hat, es ist, glaube ich, eine ziemlich zielstrebige und gradlinige Mannschaft, die schnell nach vorne wollen. Ja, die in letzter Zeit auch ihre Punkte geholt haben. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch ein gutes Spiel, auch ein guter Gegner. Aber wir haben uns, glaube ich, gut drauf vorbereitet und wollen als Sieger vom Platz gehen. Heinz, danke. Markus, wir kommen zurück zu dir und zur Gegneranalyse. Wiesbaden hat in diesem Kalenderjahr noch nicht verloren. Zwei Siege, drei Remis. Was macht den SV so gefährlich? Fragt Thomas Nachendorf von der Dresdner Morgenpost. Ja, das habe ich ja, glaube ich, gerade im Eingang auch schon größtenteils beantwortet. Und gute Stürmer vorne, robust, gutes Tempo, guter Körper, eine kompakte Mannschaft, die jetzt ihren Weg gefunden hat. Eine Mannschaft, die sehr zielstrebig ist, so wie Heinz das ja auch schon gesagt hat und eine Überzeugung gefunden hat. Und auch individuell gut bestückt, also nach dem Abstieg auch natürlich Leute halten können. Aber auch, glaube ich, gut neu verstärkt für mich eine Mannschaft, die auch mit um diese Aufstiegsplätze bis zum Ende spielen wird. Heinz, wir kommen zurück zu dir. Jan Arndt von BILD Dresden fragt, dein Vorname ist für deine Generation eher ungewöhnlich. Warum, Heinz? Haben dir das deine Eltern verraten, dein Papa? Ja, also mein Vater ist schon ein bisschen älter und es ist eigentlich kurz gesagt, meine Mutter wollte, dass, wenn irgendwann mal der Tag kommt und mein Vater die Welt hier verlässt, dass ich irgendwas noch von ihm bei mir trage. Und deswegen wurde ich sozusagen nach ihm benannt. Also kann man praktisch sagen, Heinz Junior. Okay, und zu Hause ist es der Papa und der Heinz und das bist dann du? Genau. Prima. Bist du allein nach Dresden gekommen oder mit Partnerin, fragt Jan Arndt von der BILD Dresden? Mit meiner Partnerin. Wo ist dein Zuhause? Frankfurt, Karibik oder Dresden? Dresden wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, Dresden wird es ziemlich bald, wenn ich meine eigenen vier Wände hier bald beziehe. Mein Zuhause ist, glaube ich, dennoch da, wo meine Eltern gerade sind, in Frankfurt. Ja, und mein Lieblingsreiseort wird die Dominikanische Republik, glaube ich, bleiben in der Seinfolge. Drücken wir die Daumen, dass du bald mal wieder da hinkommst. Was machst du neben Fußball am liebsten? Das ist ein kleiner Teil, der dich jetzt porträtiert, interessiert uns alle sehr. Was machst du neben Fußball am liebsten? Playstation spielen? Gerade ja. Gerade kann man sich ja irgendwie nicht außerhalb treffen, mit Freunden oder sonstigen Aktivitäten irgendwie draußen vollziehen. Deswegen glaube ich, gerade ist es halt top, irgendwie mit den Freunden Playstation zu spielen, weil man so irgendwie Kontakt halten kann, täglich irgendwie im Austausch ist und da fällt einem auch nicht so die Decke auf den Kopf, glaube ich, wenn man da mal so einen Ausgleich hat mit dem Zocken. Ich glaube, das ist gerade Hauptbeschäftigung neben dem Training. Hast du einen Lieblingssparringspartner in der Mannschaft schon gefunden für Playstation-Spielen? Ja, der Ranzi und der Aggie, die spielen da meine Spiele und mit denen habe ich auch schon ab und zu gespielt. Hundewelbe oder sowas hast du noch nicht in Betracht gezogen, weil wenn man hier durch die Straßen läuft, hat man das Gefühl, jeder Zweite legt sich gerade eine Hundewelbe zu. Man kann nur zu Gott beten, dass die Menschen sich bewusst sind, dass der Hund auch nach Corona noch da ist und sich um ihn kümmern. Das hast du aber noch nicht in Betracht gezogen. Ja, also wir haben auf jeden Fall mal drüber nachgedacht, aber ich will noch ein bisschen unabhängig bleiben. Wenn es wieder mal Urlaubszeit gibt, will ich in Urlaub gehen und will mich jetzt noch nicht darum kümmern, was ich mit dem Hund mache. Also mal drüber nachgedacht, aber noch nichts Festes. Prima, darüber sollte man wirklich gut nachdenken. Noch eine Frage von Jan Arndt an dich, Bill Dresden ist dann die letzte zu diesem Teil. Welcher Spieler inspiriert dich? Ist dein Vorbild? Welcher Fußballspieler hat es dir angetan? Ich glaube in meinen jungen Jahren, ich bin ja noch jung, aber ich glaube, wo ich noch ein bisschen jünger war, war es, glaube ich, Ronaldinho und Cristiano Ronaldo. Aber ich glaube jetzt mittlerweile, vor allem wegen der Position, ist es, glaube ich, Pogba und De Jong von Barcelona. Ich glaube, denen eifere ich so ein bisschen nach und schaue mir da gelegentlich auch mal ein paar Videos an oder schaue halt die Spiele im Fernsehen. Und ja, die finde ich schon ganz gut. Mich erinnernst du ja manchmal an Robert Antrich, so ein bisschen von der Spielweise. Und er ist immerhin Bundesligaspieler geworden bei Union Berlin. Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Markus, willkommen zurück zu dir mit der nächsten Frage an den Cheftrainer. Mit Ransford, Yeboah Königsdürfer, fällt wieder ein Spieler mit einer Sperre aus. Aki Diabuzi wäre sein logischer Stellvertreter, konnte bei seinen Einsätzen zuletzt aber kaum überzeugen. Denken Sie deshalb über eine Alternative nach? Ja, hängt ja immer ein bisschen vom System ab. In dieser Dreier-Fünfer-Kette, die wir jetzt gespielt haben, hat Ransford seine Position gefunden. Auf der Außenposition alleine, weil er mittlerweile, oder es wird immer besser, seine Mischung zwischen Offensive und Defensive, dieses Gleichgewicht. Und das ist Aki noch nicht so gelungen, diese Mischung hinzukriegen. Aki ist wirklich dann eher dieser reine Flügelspieler, der außen hoch steht, der dann ins Tempo, ins Dribbling geht, gefährliche Aktionen dann haben kann, so wie er es am Anfang ja auch hatte. Wir waren in diesem System dann nicht so erfolgreich, wie wir sein wollten und haben dann durch Veränderungen, hat sich das dann ergeben. Ransford hat jetzt einfach sich als ein bisschen flexibler erwiesen in dieser Positionierung. Und das ist einzig und alleine der Grund. Ansonsten haben wir ja Möglichkeiten, auch mit Niklas Kreuzer jemanden, der diese Position in der Kette spielen kann, sowohl in der Viererkette rechts, als auch dann in der Fünferkette rechts. Jetzt ist das Niklas Kulle, ist ein Kandidat, der ja auch schon rechts verteidigt hat, wobei dann nach vorne natürlich immer nochmal ein anderes Profil in dieser Konstellation auch wichtig wird. Das sind die Kandidaten und Aki ist dann tatsächlich eher dieser offensive Mann, der ja, oder den ich dann, wenn er dabei war, ja auch schon als Stürmer dann gebracht habe, der über sein Tempo, über sein Dribbling kommt und auch als Stürmer gefährlich werden kann. Wir bleiben bei Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Für Mittwochabend werden Temperaturen um die minus 11 Grad prognostiziert. Welche Auswirkungen könnte knackiger Frost auf das Spiel haben, Markus? Ja, tatsächlich, auch jetzt hat man das Gefühl, dass man ein bisschen länger braucht, um reinzukommen. Natürlich ist der Boden anders, auch jetzt hier im Training, merkt man das, selbst wenn es frei ist, ist es immer noch ein bisschen gefroren. Und das ist tatsächlich so, dass, glaube ich, diese Bewegungsgeschwindigkeit ein bisschen nachlässt oder man ein bisschen braucht, bis man, dass man in Temperatur, dass man in Wallung kommt. Naja, ansonsten ist man in Bewegung und hat dann schon eine relativ konstante Temperatur. Markus, auch die nächste Frage geht an dich, kommt wiederum von Daniel Klein, SZ. Inwieweit beeinflusst die Ungewissheit, ob das Spiel stattfinden kann oder nicht, die Vorbereitung für dich als Trainer? Überhaupt nicht. Solange wir nichts anderes wissen, gehen wir davon aus, dass wir spielen. Und solange machen wir alles genau so. Im Moment gehe ich davon aus, also haben wir trainiert, haben heute Morgen eine Videositzung gehabt, werden morgen früh nochmal trainieren, haben alles vorbereitet. Morgen nochmal Standardsituationen durchgehen, nochmal besprechen, offensiv wie defensiv. Solange wir nichts anderes hören, ist unser Ablauf ganz normal. Jens Umbreit, Radio Dresden, mit der nächsten Frage an dich, Heinz. Wir bleiben bei den Temperaturen. Wie geht man als Spieler mit der extremen Kälte um? Hast du irgendwelche Geheimnisse, die du uns verraten kannst? Ja, also ich glaube, es ist natürlich eine Umstellung, weil mit der Zeit, zumindest bei mir, irgendwann die Zehen vorne einfrieren. Da gibt es aber auch ein paar Tricks. Kannst du dir so ein Wärmekissen oder Pflaster vorne über deinen Fuß oder über deinen Spannen irgendwie kleben, dass sie warm bleiben. Und sonst muss ja jeder damit irgendwie klarkommen. Also wir als Mannschaft, die anderen Mannschaften auch. Und ja, also so großartige Tricks gibt es da jetzt nicht. Man kann sich dick anziehen und in Bewegung bleiben, damit man warm bleibt. Ja, aber Vorsicht, es gab schon erfrorene Zehen und glaube ich auch verbrannte Zehen von so Wärmekissen in den Schuhen. Aber hast du im Griff. Markus, zurück zu dir. Jens Umbreit, Radio Dresden. Wiesbaden stellt die drittbeste Offensive der Liga. Was zeichnet das Team vorne besonders aus? Da die Mannschaft aber auch eine Menge Tore kassiert, spricht morgen nicht viel für ein 0 zu 0, oder? Ja, mein Gefühl ist auch nicht, dass es 0 zu 0 ausgeht. Auch wir wollen natürlich zu Hause gewinnen und auch natürlich gut und mutig nach vorne spielen. Ich habe zu Wiesbaden, glaube ich, schon alles gesagt. Auch verschiedene, unterschiedliche Torschützen mit Philipp Tietz, jemand, der gefährlich ist. Auch Malone hat von der Seite und auch aus zweiter Spitze auch schon, glaube ich, sieben Tore. Der andere hat acht Tore, jeweils auch mit vielen Vorlagen. Dann noch unterschiedliche Torschützen noch dazu. Jetzt haben nochmal Einwechsler auch getroffen. Also insgesamt eine torgefährliche Mannschaft mit vielen Spielern, die torgefährlich sein können. Kevin Lenkfort ist dazugekommen von St. Pauli, auch vor kurzem getroffen. Also insgesamt eine Defensive mit vielen Spielern, die torgefährlich werden. Danke, Markus. Zurück zu dir, Heinz. Jens Umbreit, Radio Dresden. Hast du bei dem emotionalen Empfang am Samstagabend hier in Dresden erst so richtig gemerkt, wie wichtig dein Tor und wie besonders der Sieg für die Fans, die Stadt und das Umfeld war? Also vorneweg kann ich sagen, ich glaube, in dem Ausmaß hätte ich es jetzt nicht erwartet, sagen wir mal. Also dass das sogar hier uns Fans empfangen, das war schon sehr stark. Aber natürlich, ich glaube, wenn du hier so ein Derby spielst, und ich habe ja damals mit Kiel schon in dem Stadion gespielt, da wusste ich schon, dass hier ganz gute Anhänger dabei sind beim Verein. Und ja, aber wie gesagt, wenn du ein Derby spielst und das gewinnst, dann kann man sich schon vorstellen, dass es die Fans freut, aber wie gesagt, in dem Ausmaß hätte ich es nicht erwartet. Ich hätte das Spiel auch gerne vor Fans gehabt. Ich glaube, dann wäre es nochmal schöner gewesen und auch nochmal ein Moment gewesen, den man ja nicht so einfach vergisst. Ich glaube, jetzt werde ich es auch nicht so einfach vergessen, aber vor einer Kulisse wäre es, glaube ich, nochmal schöner gewesen. Damit sprichst du, glaube ich, vielen Menschen aus dem Herzen. Wir kommen zu den Fragen von Patrick Franz, Bild Dresden, kommt zu dir, Markus. Wenn man das Spiel gegen Lautern mal herausnimmt, tut sich Dynamo nach der Winterpause ähnlich wie zum Saisonstart offensiv schwerer? Gibt es dafür irgendwelche Erklärungen für dich als Trainer? Und wie kommt offensiv vielleicht wieder etwas mehr Spielfluss rein? Naja, das ist so. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir uns insgesamt im Moment weniger Chancen rausspielen. Wenn ich jetzt auch das Magdeburg-Spiel nehme, wo wir zwar gewonnen haben, aber auch viele Angriffe nicht so präzise und nicht so konsequent zu Ende gespielt haben. Das bemerken wir, das bemerke ich auch, aber das hängt zusammen jetzt nicht nur mit dem Sturm. Das ist so, dass die Dinge immer ineinander greifen und zusammen gehören. Und auch das Spiel von hinten raus dazu gehört, dass man vorne die Leute in Position bringt. Und es ist nun mal so, dass wir jetzt viele Wechsel hatten, dass wir Jungs haben, die jetzt auch erst kurz dabei sind, die vorher auch wenig gespielt haben. Wenn man jetzt auch Leroy nimmt, der dann einfach noch an gewissen Dingen arbeiten muss, wo dann immer mal wieder eine Annahme nicht so sitzt oder mal eher ein Ball nicht so präzise ist. Und das merkt man dann beim Heinz hatte jetzt keine Anlaufprobleme, weil er auch voll im Saft stand, weil er die Spiele in Uerdingen komplett gemacht hat. Ich glaube, das deckt sich mit dem, was wir am Anfang hatten. Da haben wir ja auch viele Spieler gehabt, die erst ihren Rhythmus finden mussten. Und jetzt haben wir wieder im Grunde immer wieder was Neues gestartet, mussten immer wieder umbauen, hatten wenig, auf das wir zurückgreifen konnten. Sind jetzt, glaube ich, zum zweiten, dritten oder vierten Mal in der Saison an dem Punkt, wo wir irgendwas angefangen haben und abbrechen mussten. Und dann ist es immer so, dass man immer wieder reinkommen muss, dass man daran arbeiten muss. Das sagen die Spiele ja selber, auch die Woche gut getan hat, so am Abwehrverhalten zu arbeiten. Und jetzt müssen weitere Schritte folgen. Wir müssen jetzt daran arbeiten, wieder gefährlicher zu werden. Und das betrifft alle. Das betrifft das Aufbauspiel, die Präzision von hinten, aber auch die Bewegung, das Nutzen der Räume, nach vorne wieder was Neues wieder anzunehmen. Man hat schon was, auf das man aufbauen kann. Und Dinge wiederholen sich auch manchmal. Und trotzdem ist es wieder neu, weil Niklas wieder dabei ist, Leroy ist neu dazugekommen, Heinz ist neu dazugekommen. Wir haben ja doch jetzt wieder Jungs, die wieder neu einsteigen. Markus, zwei Fragen habe ich noch an dich. Bevor ich dir stelle, habe ich aber noch eine für dich, Heinz. Kommt wiederum von Patrick Franz, Bild Dresden. In Uerdingen hattest du in der Hinrunde auf vier Tore ein Assist. Bei Dynamo hast du jetzt gleich getroffen. Muss es da jetzt dein Ziel sein, die Zahlen aus der Hinrunde zu knacken? Aus deiner Zeit vom KFC? Ja, also ich persönlich nehme das schon vor, dass ich das Maximale raushole aus der Rückrunde. Und ja, also du hast ja dann trotzdem nochmal vielleicht einen Tick bessere Mitspieler nochmal. Und ich glaube, dass ich da auch nochmal meine Torquote, meine Assistquote eventuell nochmal ausbauen kann. Und wie gesagt, das nehme ich mir auf jeden Fall vor. Ja, Heinz, danke schön. Markus, wie gesagt, zwei Fragen noch für dich. Das ist ein kleiner Hinweis für die Kolleginnen und Kollegen daheim. Falls ihr noch eine Frage habt, dann stellt sie bitte jetzt in die WhatsApp-Gruppe. Patrick Franz, Bild Dresden. Wiesbaden kann mit einem Sieg voll oben ranrutschen. Die letzten Duelle waren an der Seitenlinie auch recht hitzig. Stellen Sie sich darauf ein, dass wen sprichwörtlich mit dem Messer zwischen den Zehen nach Dresden kommt? Markus. Ja, das schenkt sich nichts, das tut sich nichts. Also deswegen, ja, das ist, glaube ich, normal. Jeder kämpft für seine Farben. Das tut Rüdiger Reh, will ich sehr schätzen, als Kollegen mit Wiesbaden. Das tun wir aber auch genauso. Deswegen hinterher gibt man sich die Hand und dann sind Dinge vergessen. Aber natürlich kommt es nicht nur mit Rüdiger, auch mit anderen Kollegen einfach normaler Austausch, der natürlich jetzt nochmal intensiver ist, weil man hört einfach mehr. Man ist nochmal irgendwie gefühlt enger zusammen. Aber das ist alles immer im normalen Bereich geblieben. Alles so, dass man sich hinterher in die Augen schauen kann. Und das war mit Wiesbaden so in der Vergangenheit und jetzt bleiben. Und das wird auch mit anderen Kollegen so bleiben. Aber natürlich will man gewinnen. Und als Trainer lebt man das auch vor, dass man alles dafür tut. Und dass man natürlich auch von außen dann emotional ist und emotional dabei ist. Das ist völlig normal. Wir sind darauf eingestellt. Letzte Frage. Markus kommt wiederum von Patrick Franz, Bild Dresden. Wiesbaden gehört zu den Teams, die am Ende eines Spiels nochmal richtig gefährlich werden können. Schauen Sie sich so eine Statistik in Vorbereitung auf das Spiel an und legen sich so etwas auch für die Pause zurecht? Oder lenkt so etwas nur ab, Markus? Ja, ich selber weiß das. Aber die Frage ist, was man dann weitergibt oder was man filtert. Weil ich sage meiner Mannschaft eh, dass sie bis zum Schluss konzentriert sein soll. Ich würde jetzt nichts anderes sagen, auch bei jeder anderen Mannschaft. Deswegen ändert sich meine Ansage nicht, dass man ein Spiel durchziehen muss. Oder man kann ja jetzt nicht noch mehr aufpassen oder mehr als 100 Prozent geben. Deswegen, es gibt gewisse Dinge, die lässt man weg. Auch wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir bis zum Schluss gefährlich sind. Auch in Kaiserslautern nochmal das Spiel gedreht in den letzten Minuten. Ich glaube, für uns gilt das Gleiche. Und deswegen ist einfach wichtig, sein Spiel durchzuziehen, seine Konzentration oben zu halten. Aber das ist sowieso das Thema und das ist sowieso Pflicht, egal welcher Gegner da ist. Vielen Dank für die Erinnerung, Sven. Eine Frage ist noch dazugekommen, beziehungsweise die habe ich übersehen. Die stelle ich jetzt im Namen von Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung. Wie weit sind die verletzten Spieler Marco Hartmann und Chris Löwe? Markus, kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen, bitte? Ja. Harti macht Fortschritte, ist im Lauftraining. Ball wird jetzt langsam gesteigert. Ballarbeit ist ja nicht ganz so, wie erwartet, dass er Ende Januar einsteigen kann. Hieß es mal, ich erwarte, dass er vielleicht noch ein, vielleicht noch zwei Wochen braucht, bis er dann mit der Mannschaft auf dem Platz steht. Ungefähr in diesem Zeitrahmen bewegen wir uns. Und bei Chris Löwe arbeitet fleißig und hart, verändert sich körperlich. Man merkt ihm dieses ganze Krafttraining an, weil er jetzt natürlich noch mal mehr auf dem Programm hat, als vielleicht sonst, ist im Lauftraining. Auch da steht erste Ballarbeit an, aber da ist der Weg natürlich noch ein bisschen länger, weil einfach die Verletzungen auch noch mal schwerwiegender waren. Da kann ich es nicht abschätzen jetzt. Da haben wir ja gesagt, dass wir nicht abschätzen können, ob er in diesem Jahr tatsächlich noch mal eingreift oder nicht, ist für uns jetzt nicht abzusehen. Bei Hati ist die Hoffnung, dass er vielleicht in zwei Wochen dann wirklich wieder eingreifen kann. Danke dafür und drücken wir die Daumen. Kurz den Hinweis noch zum Spiel, wenn es denn stattfinden kann. Und zwar dann findet das Spiel am Mittwoch, 10. Februar 2021 um 19 Uhr im Rudolf-Habi-Stadion statt. Magenta, Spurtz, die auch hier hinten an unserer Sponsorenwand vertreten sind, übertragen das Spiel wie immer live. Vielen Dank, Markus, vielen Dank, Heinz, für eure Teilnahme an der Pressekonferenz in der AOK Plus, Walter Fritsch Akademie. Bis später und morgen im Stadion. Tschüss.